Und dann gibt es dann natürlich noch die Wechselnadel-Sets von Lücke. Das Prinzip ist einfach, ihr habt verschiedene Seillängen, nehmt die Länge, die ihr braucht, ihr habt verschiedene Nadelstärken, nehmt hier die Nadelstärke, mit der ihr stricken möchtet und verbindet das Ganze durch Zusammenschrauben. Und am Ende des Zusammenschraubens nehmt ihr noch den kleinen Schlüssel, geht einmal in das Löchlein und zieht fest und dann ist hier auch ein schöner Übergang, wo keine Wolle hängen bleibt. Ich hole mir ganz gerne noch zusätzlich zu einem Set verschiedene Wechselnadeln in unterschiedlichen Farben und so hat man maximale Flexibilität, hat verschiedene Seile, hat noch ein bisschen Zubehör und kann immer je nach Wolle die Farbe wechseln. Die Sets gibt es in ganz verschiedenen Farben, von Schwarz, Grau über Amber, Indigo und so weiter und die Farbe der Sethülle ist immer an die Farbe der Nadel angepasst.